Er war Nationalratsabgeordneter Staatssekretär, sogar Klubobmann der SPÖ, ist beinahe Wiener Bürgermeister geworden. Jetzt ist er seit fünf Jahren im Europaparlament. Herzlich willkommen, Herr Schieder, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Jetzt ist es so, die Ausgangslage bei dieser EU-Wahl ist nicht besonders gut. Die Umfragewerte haben Sie ungefähr beim Wahlergebnis des letzten Jahres, des letzten Males, da waren es 24 Prozent. Nun liegt man so um die 22, Sie werden da genauere Zahlen haben. Was ist denn das Wahlziel für die SPÖ über dieser Europawahl? Nicht schlechter zu werden, als man schon war? Unser Wahlziel ist einerseits ein inhaltliches, nämlich den Rechtsruck, der sich in Österreich anbahnt und der sich auch in Europa anbahnt, möglichst zu verhindern. Möglichst so stark zu werden, dass, wenn man so will, an uns vorbei nicht Entscheidungen getroffen werden. Aber natürlich geht man immer in eine Wahl, um zu gewinnen, um Nummer eins zu werden. Es hat keinen Sinn, bei einem Rennen mitzumachen, wenn man nicht gewinnen will. Und daher ist das natürlich das absolute Ziel. Aber noch wichtiger ist mir auch einfach eine Rückenstärkung für ein soziales Europa zu bekommen bei dieser Wahl. Also Sie sagen, Wahlziel ist Nummer eins zu werden. Jetzt ist die SPÖ ziemlich weit vorne in den Umfragen. Wie will man die dann einholen? Ich denke, es geht darum, einerseits klarzumachen, was der Rechtsruck auch bedeutet in unserem Land. Wir sehen es ja an vielen Orten. Der Rechtsruck, wann die Freiheitlichen an der Regierung sind, wird am Sozialsystem zerstört. Denken wir nur jetzt dran. Die ganze Diskussion um das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus ist eigentlich eine Folge dieser ganzen Krankenkassareform, die die Frau Hartinger-Klein damals in der FPÖ-Regierung gemacht hat. Und auf der anderen Seite, wir haben große Probleme für uns in Europa, die wir zu lösen haben. Es gibt die Klimafrage, es gibt die soziale Frage. Wir müssen für mehr Gerechtigkeit sorgen in unserer Gesellschaft. Wir haben die Teuerung, die die Menschen nicht nur fordert, sondern sehr oft auch überfordert. Und dagegen muss man das unternehmen. Und das muss man sozial gerecht machen. Und darin sehe ich unsere Aufgabe. Die Unzufriedenheit, besonders im Land, ist groß. Die ÖVP, die die Kanzlerpartei ist, verliert bis zu zehn Prozent bei allen Wahlen. Diese Stimmen gehen aber direkt zur FPÖ über. Stört Sie das? Was macht die SPÖ falsch? Was macht die SPÖ richtig? Stört Sie das? Natürlich würde ich mir wünschen, dass alle Stimmen gleich zu uns kommen. Aber was ich sehe ist, und es geht ja nicht um mich oder die SPÖ und meine Partei, es geht um unser Land in Europa. Und zwei Drittel der Menschen, die Mehrheit der Bevölkerung ist zutiefst angefressen. Angefressen auf diese Regierung. Angefressen darauf, dass in den wesentlichen Fragen ihres Lebens nichts passiert ist. So wie zum Beispiel bei der Inflation. Der Gaspreis steigt. Jeder weiß, wenn der Gaspreis steigt und wir Strom mit Gas erzeugen, dann wird der Strompreis auch steigen. Und wenn der Strompreis steigt, dann wird die Lebenskosten steigen, wird die Semmel teurer werden, die tägliche Einkauf teurer werden. Und genau das ist in Österreich passiert. Ohne Wimper zu zucken, hat die Regierung das alles zulassen. Man kann es anders machen, wenn man sich in Europa umschaut. In Spanien hat man gleich mal den Gaspreis subventioniert und die haben eine Inflation, die ist ganz weit unten, während sie bei uns noch immer oben ist. Und das sind so Dinge, wo die Leute nicht nur angefressen sind, sondern sich das Leben nicht mehr leisten können. Und das müssen wir beenden. Da geht es nicht darum, welche Partei liegt vorne, sondern wir brauchen eine politische Stimmung in dem Land, die wieder positiv nach vorne schaut, die den Leuten auch wieder Hoffnung gibt. Inflation, Bildungssystem. Es gibt viele Fragen, wo man andocken muss. Aber warum schafft es die SPÖ nicht, diese Unzufriedenheit zu nutzen? Warum sieht man das nicht, dass da ein Zulauf stattfindet? Das müsste doch eigentlich so sein in dem Sinne. Ich merke einen Zulauf, um das ganz ehrlich zu sagen. Jetzt, wo der Wahlkampf für mich auch begonnen hat, ich quasi in ganz Österreich schon unterwegs war. Ich merke schon eine Zustimmung für unsere Konzepte, für diesen positiven Aufbruch, den wir auch machen wollen, diese Stimmung. Die merke ich dort, wo ich hinkomme, dort, wo wir unterwegs sind. Aber ja, wir sind am Anfang einer Bewegung. Viele Leute sind einfach frustriert über diese Regierung und sie aus der Frustration rauszuholen, mit positiver Energie, wenn man so will, auch wieder aufzuladen. Das sehe ich meine Aufgabe und das wird es auch bis zum Schluss sein und auch nach dem Wahltag natürlich sowieso auch. Es wirkt so, verzeihen Sie mir, wenn ich das so in den Raum stelle, dass auch nicht nur mit der Politik allgemein große Unzufriedenheit herrscht, sondern auch etwas mit dem Kurs der SPÖ. Sie haben sich für den Vorsitzenden Babler eingesetzt. Ist er der richtige Mann für die SPÖ? Erstens einmal ist er der Mann für die SPÖ und er ist auch der richtige Mann für die SPÖ. Trotz seiner EU-kritischen Einstellung oder Aussagen? Man kann bei jedem jetzt einzelne Aussagen auf die Waagschale lernen. Es ist nicht immer alles die Bestform, was man so hört von verschiedenen Politikern. Und Andreas Babler ist der Vorsitzende, quasi wenn man so will, die wichtigste Person innerhalb der Sozialdemokratie, aber nicht die einzige. Wir sind schon eine Partei aus vielen Leuten und das finde ich auch gut. Denn in der Politik, wenn alle gleich sind und gleich heißt nicht nur gleich ausschauen, sondern quasi das Gleiche absolut denken, sondern dann wäre es falsch. Sondern wir sind eine sozialdemokratische Partei auf Basis gemeinsamen, wenn man so will, Programms und Grundgedanken, nämlich Österreich sozial und gerecht zu machen, Europa sozial und gerecht und fair zu machen. Aber trotzdem gibt es nur Außen- und Unterschiede und das ist gut so. Also ich finde eine Partei, wo es unterschiedliche Charaktere gibt, eigentlich eine gute Sache. Also auch eine Partei, wo es immer wieder Zwischenrufe gibt und Querschüsse? Da sollte man es nicht übertreiben mit den Zwischenrufen. Wen sprechen Sie da an? Ich spreche niemanden an. Ich denke mir nur manchmal, ein Zwischenruf kann Dinge auflockern, aber Zwischenruf ist nicht zu verwechseln mit konstruktiven Diskussionsbeiträgen. Die braucht es allerdings und die sehe ich auch in der SPÖ. Aber sollten die nicht an und für sich intern geführt werden, wenn es darum geht, nach außen hin ein geeintes Bild abzugeben? Die werden ja auch intern geführt. Ich glaube, dass die SPÖ ein sehr einheitliches Bild abgibt. Geht es intern zur Sache? Hoffentlich schon. Ich meine, eine politische Partei muss immer zur Sache gehen im engeren Wortsinne, nämlich sich um die Sachfragen kümmern. Und das ist das einzige, was zählt in der Politik. Und darum kümmern wir uns viel mehr als alle anderen. Also wenn man denkt, was in der Regierung gestritten wird, was dort für ein Stillstand herrscht. Was wir brauchen ist nicht Stillstand, sondern Dynamik nach vorne. Und dafür stehe ich auf jeden Fall im Europawahl. Sie sprechen die Dynamik an. Sie gelten als lockerer Typ, dynamisch durchaus. Sie treten hin und wieder auch gerne in Lederjacke auf, haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie auf Rockmusik stehen und in der Vergangenheit auch da durchaus auf Konzerten unterwegs waren. Warum rockt die SPÖ nicht? Ich finde, die SPÖ rockt auch. Also die Frage, was ich ja merke, ist, bei meinem Musikgeschmack nicht jeder Junge spricht mehr darauf an. Also ich bin glühender Rolling Stones Fan, nicht nur in der Vergangenheit auf Konzerten, sondern sie sind jetzt wieder auf Tour. Also ich freue mich schon, wenn ich dann auch die Gelegenheit habe, wieder in Amerika auf Tour, dafür habe ich keine Zeit. Aber wenn sie dann wieder in Europa sind, auch dort hinzugehen. Aber die SPÖ rockt und groovt. Sie ist manchmal heavy, manchmal auch sehr smooth. Und das ist auch gut so. Ich glaube, die SPÖ und die Idee der SPÖ, nämlich, dass es eine soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft braucht, ganz dringend, die rockt total. Jetzt sind Sie mittlerweile 54 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin. Die Spitzenkandidatin der Grünen ist quasi weniger als halb so alt wie Sie. Sind Sie mittlerweile ein alter, weißer Mann geworden? Je, wie man es nimmt. Ich habe noch nicht verstanden. Alter, weiß, worauf sich das weißer bezieht. Bei der Haarfarbe vermutlich. Hautfarbe, Haarfarbe, nicht mit einem S. Also weiser Mann ist, glaube ich, nicht gemeint. Aber das auch ein bisschen, die Weisheit des Alters. Ich sage immer in dem Zusammenhang, jung zu sein, ist die eine Sache. Das entscheidet die Biologie und das Geburtsdatum. Aber jung zu bleiben, nämlich im Geiste frisch zu sein, auch offen für neue Ideen, das ist die Aufgabe, die man auch, wenn man so will, im Alter erfüllen muss. Und das ist mein Lebensmotto, quasi, wenn man so will, um eine andere Rockgröße auch zu zitieren, für immer jung. Was war denn der größte Fehler von Ihnen oder von Ihrer Partei in der letzten Zeit, was Positionierungen angeht? Also beispielsweise hat es für große Aufruhr gesorgt, innenpolitisch, dass viele SPÖ-Abgeordnete bei der Rede vom Selensky im Parlament nicht anwesend waren. Auch der Vorstoß für Vermögenssteuern wurde intern kritisiert von Gewerkschaftsmitgliedern. Auch diese vielen Zwischenrufe, Uneinigkeit in der Partei. Was sind die größten Fehler gewesen? Ich kann es jetzt gar nicht so aus dem Ärmel schütteln eine Antwort, weil ich mich weniger mit den Fehlern in der eigenen Partei beschäftige. Ja, aber ich sage Ihnen was, wenn ich unterwegs bin... Ich frage Sie, gibt es die Fehler? Ja, sicher. Nobody is perfect. Auch nicht die SPÖ. Aber wenn ich so sitze, im Kaffeehaus oder am Samstag am Markt einkaufen gehe, was mir die Leute sagen, sind nicht die Fehler der SPÖ. Und ob sie jetzt für 32, 35, 38 Stunden sind, 4 Tage Woche oder andere Modelle. Was ich merke ist, was die Leute sich erwarten, ist, dass es in unserem Land wieder vorangeht. Die Leute sagen, ihr habt es recht, es braucht Arbeitszeitverkürzungen. Ihr habt es recht, es braucht mehr Soziales. Ihr habt es recht, diese Regierung lasst uns im Regen stehen. Und das ist das, was ich spüre. Das heißt, bei allen Dingen, die man auch bei der SPÖ diskutieren kann, das wirklich Entscheidende ist, dass die Fehler, die diese Regierung machen, den Menschen am Kopf fallen, den einfachen Menschen in unserem Land am Kopf fallen. Und das ist das, was mich wirklich bewegt. Es gab so eine große Wahlsensation, die sich schon ein bisschen vorangekündigt hatte. In Salzburg, bei den Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen in der Stadt Salzburg, da hat die KPÖ irrsinnig gut abgeschlossen. Die haben jetzt verkündet, dass sie auch bei der EU-Wahl antreten. Ist das eine Gefahr von links für die SPÖ? Nein, gar nicht. Ich finde auch, jede Partei kann auch antreten. Salzburg-Stadt ist das Abschneiden der KPÖ ein interessanter Fall. Ich denke mir trotzdem, dass vor allem der bisherige Vizebürgermeister Eunger, der entscheidende und der beste Bürgermeister für die Stadt, die Konzepte hat auch, gerade in den kommunalpolitischen Fragen, ob es Verkehrspolitik, ob es Wohnen ist. Aber mit einer starken KPÖ an seiner Seite. Ja, in Salzburg im Gemeinderat herrscht dann, also in der Stadtregierung herrscht dann sowieso Proporz. Das heißt, man wird zusammenarbeiten mit der KPÖ, mit der ÖVP, mit allen, die in dieser Stadtregierung sitzen. Und das ist auch gut so. Weil Salzburg, ehrlich gesagt, hat jetzt auch fast ein Jahrzehnt verloren unter diesem ÖVP-Bürgermeister, der davor war. Trotzdem hat die SPÖ nicht dazu gewonnen. Die SPÖ hat Stimmen dazu gewonnen, prozentuell nicht, weil die Wahlbeteiligung höher war. Aber wir haben sehr viele mobilisieren können. Und wenn man sich das Land Salzburg anschaut, sind es schon sehr auch tolle, man darf ja nicht vergessen, in Salzburg-Stadt haben wir gut abgeschnitten, aber wir haben auch in vielen anderen Städten und Gemeinden in Salzburg gut abgeschnitten. In Marzsee, in Kaprun, in Zell am See. David Ecker hat die Gemeinde gedreht. Das heißt, da sind schon sehr starke, faszinierende Ergebnisse. Und was der Sukkus aus dem allen, das Gemeinsame ist, dass die SPÖ Leute hat, die, wenn sie aktiv sind in den Städten und Gemeinden, auch den Zuspruch der Bevölkerung kriegen. Weil die Menschen dann auch merken, wofür sie sich einsetzen. Weil sie es schaffen, im Alltag genau diese Dinge auch zu vertreten, für die wir quasi sind, spürbar zu machen für die Leute. Und das ist der erfolgreiche Weg, wo man der SPÖ Salzburger gratulieren darf. Und der auch, glaube ich, für uns alle auch ein bisschen Rückenwind gibt. Weil wir spüren, wenn man es gescheit macht, dann geht es auch. Für was machen Sie sich und Ihre Partei im Europaparlament stark? Wir haben uns in der letzten, also in der jetzigen Periode, in den letzten vier, fünf Jahren, für sehr zentrale Gesetze stark gemacht. Zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Das heißt, dass die großen Konzerne auch eine Verantwortung haben, dass nicht Kinderarbeit und Sklavenarbeit in ihrer Produktionskette drinnen sind. Wir haben uns für ein soziales Europa stark gemacht. In der europäischen Mindestlohnrichtlinie, in der Krisenzeit, die europäische Kurzarbeitsförderung. Wir haben uns stark gemacht, dass dort, wo die neuen Sklaven, Lohnsklaven, der neuen Entwicklung der digitalen Riesen entstehen, ich sage nur Plattformarbeiter, Essenszusteller, Uber-Fahrer, Lkw-Fahrer, dass diese Menschen auch soziale Gerechtigkeit haben, dass sie ein Mindestmaß an sozialen Netzen auch für sich haben. Wir haben im Europäischen Parlament auch vorangetrieben, dass Frauenrechte ganz stark ganz oben stehen. Lohntransparenz, der wichtige Schritt wäre zu gleicher Lohn für gleiche Arbeit zwischen Männern und Frauen. Ein Gewaltschutzpaket, das Europäische Parlament hat eine Richtlinie verabschiedet, dass Kinderbetreuung kostenfrei sein soll. Die müsse jetzt in den nächsten Jahren auch in den Mitgliedstaaten schrittweise umgesetzt werden. In Österreich, in Kärnten, in Wien und in Burgenland bereits umgesetzt. In den anderen Bundesländern fehlt das noch. Also da sind viele Dinge, wo man, glaube ich, schon noch ganz spürbar hat, wofür wir gearbeitet haben im Europäischen Parlament, nämlich für eine Europäische Union, die sozialer ist. Sie sind im Ausschuss für Tourismus und Verkehr, soweit ich richtig informiert bin, und auch stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. Auch im Ausschuss, ich schätze ich noch nicht. Nein, Sie sind dort auch drinnen. Jetzt ist die Frage außenpolitisch. Die Europäische Union hat jetzt gerade ein Migrationsabkommen oder Investitionsabkommen mit Ägypten abgeschlossen, das die Mittelmeerroute schließen soll. Der Ukraine-Krieg beschäftigt die ganze Europäische Union sehr stark. Wo soll denn da die Reise hingehen in beiden Richtungen? Sind Sie damit einverstanden mit dem, was Ursula von der Leyen da macht? Nein. Also um die Frage zu beantworten, nein. Die Frau von der Leyen ist eine schwere Enttäuschung in jeder Hinsicht. Ich finde, sie hat die Hälfte von dem, was sie versprochen hat, nicht eingehalten. Sie hat mangelnde Transparenz, auch in vielen Corona- und anderen Fragen, stark weggelegt. Aber um die zwei Fragen zu beantworten, je mehr Unruhe in der Welt ist, da können wir über die Ukraine, über Putin, über Donald Trump und, 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 was sich da alles, die Kriege, die sich abspielen. Umso wichtiger ist, dass wir nach innen, dass Europa, dieses europäische Lebensmodell, nach innen stark lebt. Das ist unsere Stärke, dass Europa, dass wir schauen, dass Europa in Ordnung ist, sozial gerechter, friedlich und erfolgreich. Und das Zweite, weil Sie Migrationsthemen auch angesprochen haben, wir brauchen, wir müssen Ordnung in das System bringen. Dieses Gegeneinander führt nicht zu den Erfolgen oder zu den Ergebnissen, die sich die Menschen erwarten. Das, was die Frau von der Leyen macht, dass sie mit Karl Nehammer und der italienischen Neofaschistin dann nach Ägypten fährt, dem Diktator dort ein paar Milliarden anbietet, ohne darauf zu schauen, dass sich der an irgendwelche Dinge halten muss, wird das Problem nicht lösen. Ich glaube, dass in dem Abkommen auch Menschenrechtsdinge besprochen wurden. Das ist auch beinhaltet. Besprochen, aber es gibt noch nicht einmal den Abkommenstext. Die Geldversprechen gibt es. Also wir müssen Abkommen mit der Region schließen, nur gescheite Abkommen. Und das, was ich da erlebe, ist Showpolitik. Und Showpolitik bringt keine Ordnung ins System. Aber man ist sich einig, auch mittlerweile bei der SPÖ, dass illegale Migration durchaus ein Problem ist, das auch die soziale Gleichgewichte in den europäischen Mitgliedstaaten gefährdet. Absolut. Also um es klar zu sagen, wenn ich sage, wir müssen Ordnung ins System bringen, dann heißt es, ein Asyl- und Migrationssystem, das fair aufteilt auf alle Mitgliedstaaten, wo es einen klaren Außengrenzschutz an der europäischen Außengrenze gibt, auf Basis von Menschenrechten, aber zu den gleichen Standards. Keine Schlupflöcher mehr zu haben. Und auch ein System, das menschlich fair ist, nämlich den Menschen, die Aussicht auf Asyl haben, ein faires Verfahren ermöglicht. Aber den vielen, die kommen ohne Aussicht auf Asyl, auch frühzeitig zu sagen, nein, es wird nicht gehen. Und wenn wir das durchsetzen, gemeinsam in Europa, dann glaube ich, haben wir sehr viel weitergebracht. Und das ist das Wichtige. Oft sind es ja die Rechten, die viel über Migrationsthemen reden, aber bei den Lösungen dann vollkommen versagen. Jetzt, weil es aktuell ist gerade, Sie sind ja auch fast Wiener Bürgermeister geworden, was ist da los in Favoriten? Ist es ein Integrationsversagen? Da häufen sich ja die Angriffe, tägliche Angriffe, blutige Angriffe, jetzt in einer Form, die tatsächlich beunruhigend sind. Es ist ein Versagen des Innenministers und das sich seit Jahren aufgebaut hat. Nämlich, wir haben in Wien generell zu wenig Polizisten und wir haben in Favoriten zum Beispiel überhaupt zu wenig Polizei. Das heißt, man muss schauen, wenn man für, ich bin sehr für Sicherheit und das heißt auch, dass wir den Sicherheitsapparat brauchen, die Polizistinnen und Polizisten. Wenn man allerdings Wachstuben besucht, was ich sehr oft auch mache, dann hört man natürlich von den Menschen, wie sehr sie ausgebrannt sind, weil sie Überstunden machen müssen, weil sie am Sonnen- und Feiertagdienst machen müssen, obwohl sie eigentlich im Radlplan freigehabt hätten, weil immer was los ist. Und warum ist das so? Weil es zu wenig Polizistinnen und Polizisten in Wien gibt. Und das wirkt sich dann manchmal auch so aus. Daher bin ich für jede Aktion scharf. Ich unterstütze auch vollkommen dieses Waffenverbot. Ehrlich gesagt, wir brauchen auf unseren, weder in Wien noch sonst irgendwo, müssen sie die Menschen bewaffnen. Das führt nur zu mehr Unsicherheit. Der BfB bin ich für das Waffenverbot. Aber da kann man ja auch das Argument geben, dass es Showpolitik wäre, weil einer, der ein Messer eingesteckt hat, der kümmert sich vielleicht um ein Waffenverbot wenig. Also der das eingesteckt hat, um jemand anderen zu verletzen. Ja, ja, ja. Aber trotzdem finde ich, kann man mal machen. Es wird nur das Problem nicht komplett beseitigen. Das heißt, der Herr Innenminister ist aufgefordert, da möglichst viel zu tun. Ein bisschen was ist jetzt begonnen worden, aber viel zu spät und viel zu wenig. Jetzt ist es so, Sie sind als Europaparlamentarier quasi Spitzenverdiener, haben da einen guten Sold. Sie haben mal gesagt in den Interview, Sie tragen keine Rolex, das interessiert Sie nicht. Aber welchen Luxus gönnen Sie sich denn? Mein wirklicher Luxus ist Zeit. Und meine Luxus, wenn man so will, meine Luxusregion sind die österreichischen Berge. Okay, das ist der wirkliche Luxus. Sie sind ja auch Präsident der Naturfreunde. Sie gehen gerne wandern, haben Sie ja selber jetzt angesprochen. Ist das das Einzige, was Sie mit dem FPÖ-Chef Herbert Kickl verbindet? Ich weiß nicht einmal, ob mich das gescheit mit ihm verbindet. Aber ich gehe gerne wandern, ich gehe sehr gerne Radfahren, Mountainbiken und Skifahren. Sowohl Pisten als auch Skitouren. Das sind eigentlich meine Lieblingssportarten. Also Sie meinen, das ist keine Verbindung, die Sie da haben? Ich erkenne sonst wenig Verbindungen. Aber ich suche auch nicht nach Verbindungen weder mit dem Herrn Kickl noch mit dem Herrn Nehammer noch mit anderen. Ich finde, man muss in der Politik mit jedem gut auskommen, um das auch klar zu sagen. Auch mit einem Herrn Kickl. Man muss mit jedem vernünftig reden können. Aber mit wem ich wandern gehe, das suche ich mir dann lieber privat. Ich frage deshalb, weil ein anderer Spitzenkandidat zur EU-Wahl hier saß und Kickl als Witzfigur bezeichnet hat und als gefährlich oder letztlich lächerlich. Ich halte die Politik der FPÖ für gefährlich und schädlich für das Land. Ich halte auch den Herrn Kickl für das, was er vorschlagt, für falsch für unser Land. Wir sind das Gegenmodell zu diesem Rechtsruck des Herrn Kickl. Aber deswegen muss ich nicht den Unflätigkeiten ausbrechen, sondern es muss man sich ganz klar abgrenzen. Und die Sozialdemokratie ist das Gegenmodell zur FPÖ, weil die Sozialdemokratie ist jene Partei, die die Menschen zusammenbringt und nicht auseinander treibt. Jetzt kennen Sie ja einige der Spitzenkandidaten sehr gut. Reinhold Lopatka schon begleitet Sie sehr lange in Ihrem politischen Leben. Auch den Harald Wilimsky kennen Sie mittlerweile wahrscheinlich auch persönlich gut. Was mögen Sie und schätzen Sie denn an den Spitzenkandidaten, die jetzt gegen Sie bei der Wahl antreten? Ich schätze bei allen, dass es sich, bei fast allen, einsetzen für ein besseres Europa. Jeder aus seiner Sichtweise. Manche mehr, manchmal weniger. Manchmal gibt es mehr oder weniger Überschneidungen. Beim Herrn Wilimsky habe ich das Gefühl, der setzt sich ein für weniger Europa. Der setzt sich ein, dass Europa kaputt wird. Das ist meiner Meinung nach ein Irrweg. Und ich kenne alle, also Brandstetter, Lopatka, Schilling und habe auch mit allen schon oft gute, mit manchen mehr, mit manchen weniger, aber immer gute Gespräche auch gehabt. Und was schätzen Sie nicht an den anderen? Also da könnte man jetzt auch natürlich einiges aufzählen. Um eines klar zu sagen, bei der Umweltpolitik, ich halte den grünen Ansatz und den Ansatz von der Frau Schilling für zu eng. Nämlich zu sagen, du Individuum musst dein Leben ändern, damit das Klima besser wird. Ich halte aber auch den Ansatz vom Herrn Wilimsky für falsch, wo man sagt, es gibt keinen Klimawandel. Sondern ich bin für den Weg, wo wir sagen, wir müssen die Gesellschaft so organisieren, dass die Menschen weiterhin auf Urlaub fahren können und ein Leben führen können. Aber das quasi so organisiert ist von der Gesellschaft, von der Regierung, von der Politik, dass man umweltfreundlicher, klimafreundlicher leben kann ohne Einbußen. Man kann nicht den Einzelnen die ganze Verantwortung für den Klimawandel umstülpen. Und bei meinem langjährigen Kollegen Reinhold Lopatka finde ich eines, was man sagen muss, ist, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn die ÖVP oft sagt, nein zu Herrn Kickl, ganz laut. Ich habe immer das Gefühl, das ist schon der erste Schritt, dass sie dann genau mit dem ins Bett steigen politisch. Das ist so, wie es in Niederösterreich und in Salzburg passiert ist. Und das halte ich für Europa für ganz gefährlich. Aber vielleicht sagen Sie das auch nur, weil Sie lieber mit der ÖVP in einem Bett sein würden quasi? Nein, ich bin jetzt selber schuld an dem blöden Vergleich mit dem Bild. Nein, also das ist keinesfalls, das Gute an Europa ist, es gibt nicht Regierung und Opposition, sondern wir alle arbeiten an uns. Ja, das war jetzt auch national gemeint. Genau, national. Ehrlich gesagt, wichtig ist, den Rechtsruck zu verhindern und Österreich zu einem Aufbruch nach vorne zu helfen. Welche Partei dazu bereit ist aus dem Spektrum der Parteien, also mit Ausnahme der FPÖ, wo wir genau das nicht spüren, das wird sich dann zeigen. Aber das wird sich erst nach der Nationalratswahl zeigen. Bis dahin ist einmal auch eines klar, diese Regierung aus ÖVP und Grünen hat dieses Land wirklich nach hinten gebracht und nicht nach vorne. Letzte Frage, Sie sind ja nicht nur ein bekennender Roter, sondern auch ein bekennender Grün-Weißer. Jetzt sind die Rapid-Fans in der letzten Zeit nicht unbedingt ruhmreich aufgefallen mit homophoben Gesängen und danach auch noch Angriffen auf den Teamchef des Nationalteams, der die Rapid-Spieler daraufhin als Reaktion nicht einberufen hat. Was sagen Sie denn dazu? Schämen Sie sich für Rapid? Nein, ich schäme mich natürlich nicht für Rapid. Ich finde aber das, was da passiert ist, ich finde Homophobie, Minderheitenfeindlichkeit, hat auch am Fußballplatz nichts verloren. Die Realität schaut anders aus. Die Realität schaut anders aus und übrigens, das finde ich nämlich auch nicht ganz fair, nicht nur bei Rapid, auch bei den anderen Vereinen der österreichischen Bundesliga. Und ich bin dafür, dass man auch für eine quasi positivere Fankultur eintritt, aber nicht nur Rapid und den Rapid-Anhang straft, sondern die anderen mitunter vielleicht auch einmal genauer hinschaut, weil ich auch bei anderen Vereinen Gesänge oft höre, die mir nicht gut gefallen. Aber am Schluss muss man auch sagen, der Fußballplatz ist der Fußballplatz. Und wir brauchen jetzt auch nicht erwarten, dass man am Fußballplatz, wenn man so will, mit Smoking und Samthandschuhen argumentiert, sondern es ist der Fußballplatz, da feuert man seinen Verein an. Ich bin sehr fürs Anfeuern und manchmal gehen halt auch die Emotionen durch. Aber ich hoffe, dass jetzt mit der ganzen Diskussion sich das Thema auch widerlegt, weil am wichtigsten ist mir, als Bekennen der Grün-Weißer, dass Rapid ordentlich supported wird, weil einfach es notwendig ist, dass wir in Zukunft bei den Spielen besser abschneiden, weil es ist höchste Zeit einmal wieder, dass Rapid-Meister wird. Ja, Sie sind viel in Brüssel, aber auch oft in Wien. Gehen Sie ins Stadion? Und wenn ja, VIP-Tribüne oder West? Also ich komme leider nicht mehr so oft ins Stadion wie früher. Ich hatte auf der Familientribüne ein Abo mit meinem Sohn. Das letzte Mal war ich mit meinem Sohn auf der West-Tribüne. Sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit stehen muss und hart zu borden, manchmal hinsetzen, in meinem Alter auch schon angenehmer. Ich gehe auch manchmal auf die VIP-Tribüne. Sehr oft gehe ich auch am liebsten mit Rapid, auch als Europapolitiker, wenn man so will, im Europacup, Europa League oder am besten in der Champions League. In den letzten Jahren war ich ein paar Mal auch gegen Gent, Genk und so weiter im Ausland dabei. Schön. Dann wollen wir hoffen, dass Rapid sich wieder qualifiziert für den europäischen Fußball. Dann werden Sie im Stadion sehen, weil voraussichtlich wird sich das ausgehen mit dem Mandat oder sehr erneut im Europaparlament. Aber ich bin ja Hütteldorfer, ich bin ja aufgewachsen in Hütteldorf, gehe mir gerne ins West-Stadion. Herr Schieder, danke fürs Kommen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. Danke. Danke. Danke.